Kann ich Fuel-Tränk raus machen und... Nein, mach einfach ein Reifen ab Nee, weil Reifen hat jeder Mensch Nö Left, Front, Re... Bei uns sind einfach alle Häuser weg, hier steht nur noch... ...ein Fundament ...und drei Gucken die also nicht mehr? Nee, Wetter wahrscheinlich jetzt im Sommer, oder? Thorsten, wie lange brauchst du? Keine Ahnung, nicht lange Ach du was, du bist heute mal eingeloggt, oder? Naja Äh, Aldi, kannst du bitte hier runterkommen gerade und mal checken? Nee, geht nicht Dann mach ich halt alleine, wie immer Nein, 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 ich hab's schon... Ist okay, ich mach alleine Ja, gut, ist... pass ab, Rudi Wenn du mich nicht haben willst, ist okay Wo bist du denn? Bei den Garagen, oder was? Was ist ein Homo, ey? Jetzt baut genau was... Wo liegt denn die gleiche? Vorm ersten Barrack Sind da mehrere, oder was? Die zwei hab ich eben noch gesehen, bevor wir uns ausgeloggt haben Einen hab ich grad geholt Waffe? Weiß ich nicht, muss ich nicht sehen, ich hab direkt draufgeschossen, war mir scheißegal Genau wo unser Lager war, hat jetzt ein anderer Wichser sein Lager hingestellt Einfach ein Fundament hingelegt Komm, ich lauf Richtung Haupteingang, oder? Der ist vom ersten Barrack gestorben, ne? Ja, an der Ecke da ist ja Du bist das, der grad durch den Haupteingang läuft, ne? Ja, an der Ecke ist jetzt bei den Garagen Oh, das hat ein Zombie noch vor mir, lol, nicht gesehen Der wird wahrscheinlich in den Barrack sein Oder? Kann ich dir nicht sagen Egal, ich lauf jetzt einfach mal so außen rum und guck mal in die Fenster rein Pass mal hinten, ganz hinten rechts in die Ecke auch, wo das Zelt mal war Pass mal auf die Ecke auch, bitte Hast du Reifen? Ne, hat's nicht gemacht, ne? Du warst ja erst hier zu mir gekommen, ne? Doch, ich hab abgeschraubt schon Achts schon, wow Du bist wo, jetzt? Ecke Linke Ecke, beim ersten Barrack Beim Zelt Geh mal ganz in die Ecke dran In hinterster Ecke Ah, ich sehe dich, ich sehe dich, ich sehe dich, ich sehe dich Kannst du was sehen? Von innen, irgendwie? Bist du hinter den Barracks? Nein Nein, ich sei hinter den Barracks Oh, jetzt hinter den Garagen, hinter den Barracks Nein, hinter den, hinter den Barracks, da wo wir rein gehen können, da ist einer, hinter da, also in Nein, ok, ok, das ist er dann Ich bin außer, ich bin hinter den Garagen Nein, Zombie, hab ich, ein, äh, sad ich gehört, lololololol Wo, 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 der typische Barracks denn? Ja, jetzt warte ich... Einfach hinter den Barracks, warte mal, ich sehe jetzt selber nicht mehr Hinterm ersten, vom Hauptdeckgang aus Ich hab ihn gesehen, der hat ein dickes Maschinenbeard angehabt Ja Ah, seh ich ihn, ich hab ihn gesehen Zweiten Barrack, der ist in deinem zweiten Barrack, der ist in deinem dritten Barrack Ist er jetzt Ich geh mal kurz in den Busch, mich bandagieren Mach du Hm, riskier ich jetzt unten bei dem Lager mal vorbeizugucken, ob da was steht Wollen wir ihn Dings da, also rushen? Wart mal Der ist jetzt da bei dem Zelt Okay Ich nein Geh jetzt rein aufs Gelände Wart mal, warten, warten auf mich, warten auf mich Seh den jetzt nicht mehr, pass auf Warte, ich bin sofort da, pass auf, findet er in der Decke Ich seh ihn nicht mehr, ich seh, er ist in den Barracks, ist er auf jeden Fall nicht Jaja, wie gesagt, pass auf Bleibt ein Loch raus? Ne, kann er nicht Okay, um so was, der Pool ist ein E-Lock ganz schön hoch Ja, mach keinen Dings da jetzt, bitte, keinen Umflug Ich seh den, ich seh den, ich seh den, ich seh den, warte mal, ich fang gleich aufnehmen Hinter diesen Fake Military Alter, hinter dem Fake ist ein Zombie Ja, ne, da ist der Tür Also ich guck ja genau hinter den Military, da ist keiner, also ich seh hier keinen Oh doch, da war einer Mist, ich hab mich ja, der Wurmteller oder was? Warum ist das? Der hat mir das 100 Mal getötet, ey Wow, der hat ein paar Startup-Mits in mich, ey Lauf hab ich eigentlich, weißt du, ach ja, der M14 ist nicht eben, weil Der hat der M16A2, F203, der erste Tief geholt hat M240 hat natürlich dabei gehabt Ja, Zombie, hättet mich durch die Wand, oder was? So eine Durchsage, bitte Warte, noch nicht, noch nicht, noch nicht, noch nicht, warte, lass uns erst mal hier weg Ja, lass uns erst mal hier weg, ja, und verdient er jetzt alle, um die Böcke zu räumen Pack auch den Loot von dem, ich hab die Waffe genommen Lass uns hinten aus dem Loch rausgehen, Olli Wo bist du, Olli? Wo, im LS-Pack, warte mal, ich will kurz den LS-Pack noch angucken, was da drin ist Ich kann aber den Typen ja auch nicht looten Ja, lass doch mal einfach den LS-Pack reinpacken, ey Ja, scheiß, fliegt jetzt, komm Welcher Freak? Warte, seid ihr ready? Ich bin raus jetzt, ja 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 Nein, die da am Bluten, Mann Also, ich lauf jetzt in mein Leben, noch weiter Ja, ich lauf jetzt hinten hinten bei Wochhaus Ich lauf jetzt hinten bei Wochhaus Ich lauf jetzt Richtung Hauptstraße schon Oh 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 Ich muss es hören, ich muss es hören, ey Oh, das hört sich richtig wild an Ich muss es drehen, ich muss es drehen Oh, ein Ding, ich lauf jetzt Oh, ein Ding, ich lauf jetzt Oh, ein Ding, oh Ist der mit dem Heli unterwegs? Nein, das ist ein Flugzeug, das ist Was? Das ist ein Flugzeug Das ist ein R- birdsuch, wo ist steht Guck ey, ich wollte rausstehen und hab euch gesehen, ey, Zahn ist zu niedrig, was? Ich würde da gerne eigentlich noch looten. Denk schon, da hat ich schon keinen Link zu müssen, ne? Eigentlich? Ja, ich seh, es loopt so, ich schlicht gerade über...mehr. Ja, der muss drehen, weil er will Attentat auf dem Barrick fahren. Kannst du mir irgendwie landen und mich mitnehmen? Ja, klar. Wie lange brauchst du, Thorsten? Brauchst du lange? Weil sonst würde ich das gerade noch probieren gehen. Ja, sonst loopt doch noch, der braucht doch... Ey, die haben wir ganz schön aufgebaut, ey. Was für eine Waffe hat denn der Typ, ey? Ein 240. Dink, ich guck so über die Mauer. Er war genau hinter dem Barrick, wo das Loch hinten ist, ne? Ich leg mich hier hin und will Shots nehmen, aber mein Drei-Zock ist geklatscht nicht ein, ey. Okay. Digga... Kommst du, kommst du, Thorsten? Ja, ja. Wie, ich komm... Schön, Alter. Okay. Ich höre... Ich habe Angst, Alter, wer das Ding... Ich mir drehe den... Ich auch! Oh oh! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Hahahaha 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 Wow, gut getroffen, genau mitten um Platz Du hast den Warrag gesprengt Nice Digger Ey, verrückte Wichse Die ganzen Zombies krammeln aus dem Hau-Drecken raus Die haben keinen Bock mehr Ey, ich hab gar nicht gesehen, wo das ist Ey, wo ist es denn in die Luft gegangen? Mitten, mitten auf Platz! Olli, kennst du noch das Die Lager hinten an dem Strand, weißt du was du wohl? Ach, da hinten, Alter, LOL Langweilig Nein, war gut, Digger Olli, kennst du noch die Lager, weißt du was du wohl? Ja, die haben sich ganz schön vergrößert Ey, und M14, oder? Level 2 Häuser überall Welche Leute denn waren das denn nochmal? Ehhh Keine Ahnung, ich hab jetzt Ich hab jetzt Hauptstraße hoch, ja Ich hab jetzt noch mal extra geguckt, ich wollte nur noch heil da weg kommen Ja, weiß ich nicht Ähm Ist dein Backpack leer, ähm, Thorsten? Äh, ja, ja, ich kann das leer machen Hey, wie hat er das denn geschafft, haben die das gefixt, dass du aus dem Flugzeug rausspringen kannst und wenn's kaputt geht, du nicht stirbst Ja, warum? Ja, wenn man rausspringt, siehst du auch immer Ja, du kannst immer mit Fallschirm springen Ja, wenn du aber aus dem Flugzeug Du musst nur über 50 Meter sein Ja Ja, dann lass doch mal so, dass du, sobald du das Flugzeug kaputt geflohen hast, automatisch Äh Ja, jetzt haben wir Akro Ich bin auf dem Gelände schon wieder Hier liegt noch, ah, warte mal, ich bin nicht dran Wollen wir, Dings da Ich seh'n im Wald, ich seh'n im Wald, Thorsten bist du im Wald? Ich bin Gilly Suitsch, G-Brown Alles klar, du bist das, okay Äh, was wollte ich jetzt sagen, soll ich den Ural hier runterfahren, mitten aufm Platz stellen? Ich weiß nicht, mit dem Auto und mit dem Flugzeug nicht, dass du dann Damage bekommst, ich hab keine Ahnung Jaja, pass lieber auf, Junge Der Spaß hab ich schon mal gehabt Geh da nicht hin zum Flugzeug, ganz ehrlich Ja Echt, Leute, echt? Ja Vielleicht, dass der voll der Bait, so, Boys mit dicken Waffen gehen da dran, sterben Und so, und wir können da einfach alles aufheben oder so Genau, das ist mir immer schon mal passiert, aber ne, Tom So Noch ein verkacktes Haus Boah, trinken Aber pass auf, die Typen werden aus Italienland nicht wiederkommen, der eine könnte gleich wieder da sein Kann gut sein, ja Denkste, die kommen jetzt direkt wieder Ich würd mich gerne nach außen, ey Warum? Ja, ich würde das kurz mal hier Dings vom Psycho mal haben Ja, aber Ich würde das kurz mal hier Schöpfe Schöpfe Ja, ich würde das auch sagen